Hi und willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werden wir den TP-Link 4G plus LTE-Router einmal in Betrieb nehmen und uns angucken, wie man das Gerät einrichtet. Ja, als erstes müssen wir unseren Laptop mit dem WLAN-Router verbinden. Das Ganze kann man entweder über LAN machen oder aber wir wählen das Ganze über WLAN aus. Ich gehe jetzt über WLAN und suche hier in meiner WLAN-Liste den Router einmal heraus. Da haben wir ihn auch direkt, TP-Link 7AFC. Den wähle ich jetzt einmal aus und gebe das Passwort ein. Das WLAN-Passwort ist hinten auf dem WLAN-Router draufgedruckt. Nachdem wir uns erfolgreich mit dem WLAN-Router verbunden haben, rufen wir die IP-Adresse 192.168.1.1 einmal auf. Hier können wir nun die WLAN-Router-Einstellungen vornehmen. Wir müssen ein neues Passwort vergeben und das Ganze noch einmal bestätigen. Ja, hier werden wir jetzt nach der Zeitzone gefragt. Ich wähle einfach einmal Berlin aus und gehe auf Next, also weiter. Hier werden jetzt die Einstellungen angezeigt zu unserer SIM-Karte. Das können wir einfach mit Next überspringen. Dann können wir hier den WLAN-Router umbenennen bzw. ein eigenes Passwort vergeben. Ich belasse es jetzt einfach dabei und gehe auf Weiter. So, da wir die Einstellungen nicht verändert haben, wähle ich jetzt einfach mal I'm using a wired connection aus und gehe auf Next. Jetzt können wir noch einmal auf Next klicken und noch einmal auf Next. Ja, das war es schon. So schnell konnten wir unseren Router einrichten. Ich gucke jetzt einmal hier noch bei den Sprachen. Wir können das Ganze auch noch auf Deutsch umstellen. Das ist natürlich auch sehr gut. Und dann haben wir jetzt hier nochmal eine Übersicht. Wir sind mit dem Internet verbunden, deswegen auch der Haken. Und wir können hier auch noch verschiedene andere Einstellungen vornehmen. Beispielsweise, wir können hier auch nochmal auf WLAN gehen und dann den Namen nochmal verändern, falls wir den nochmal gegebenenfalls ändern möchten. Auch das Passwort kann man hier nochmal einmal nach seinem eigenen Belieben verändern. Man kann ein Gastnetz erstellen, eine Kindersicherung eintragen. Ja, das sind jetzt so die schnellen Einstellungsmöglichkeiten im Überblick. Falls ihr euch noch irgendwie für genauere Einrichtungsmöglichkeiten interessiert, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Dann kann ich dazu nochmal ein eigenes Video machen. Ansonsten war es das jetzt eigentlich. Wir gehen jetzt einfach noch einmal auf eine Speedtestseite und gucken, ob die Internetgeschwindigkeit bzw. ob wir wirklich eine Internetverbindung haben. Und wenn jetzt das Ganze gleich ausschlägt, sollte das der Fall sein. Ja, die Seite baut sich auf jeden Fall schon auf und wir haben hier auch schon einen Ausschlag. Also von daher können wir auf jeden Fall feststellen, dass die Internetverbindung steht und wir normal surfen können. Ja, das war es dann von dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.